Musik Herzlich willkommen zu Asklepios Gesundheitssendung. Heute sprechen wir über Babys, genau genommen über Babys, die zu früh auf die Welt gekommen sind. Solche Frühchen haben mit einer Reihe von Schwierigkeiten zu kämpfen und sie brauchen eine besondere Geburtsnachsorge. Und darum geht es jetzt. Bei mir ist Dr. Cordula Warlitz. Sie ist Chefärztin der Pädiatrie an der Asklepios Klinik Parchim. Schön, dass Sie Zeit haben. In welchem Fall genau spricht man von einem Frühchen eigentlich? Ja, da kann man zwei Unterschiede sozusagen machen. Wir sagen einmal, sagt der Gesetzgeber, alle Kinder, die mit einem Geburtsgewicht unter 2500 Gramm geboren werden, sind Frühgeborene. Und wir in der Medizin definieren das noch etwas genauer. Bei uns ist es so, dass wir sagen, alle Kinder, die unter der 37. Schwangerschaftswoche geboren sind, also mit 36 Schwangerschaftswochen und sechs Tagen und alles, was da drunter liegt, ist man ein Frühgeborenes. Also ab vier Wochen zu früh rückwärts sozusagen. Genau, also 40 Wochen ist ja die normale Schwangerschaft. Und wenn man vier Wochen davor geboren wird, beziehungsweise drei und etwas da drunter, dann ist man ein Frühgeborenes. Ja, die Tatsache, dass man zu früh auf die Welt kommt, ist ja nicht nur ein zeitliches Thema, sondern das hat ja Auswirkungen, glaube ich, auf die Entwicklung ja auch des Karpers. Was sind denn die klassischen Probleme, mit denen Frühchen dann zu tun haben? Oh, das ist ein großes, breites Thema. Es ist ja nicht jedes Kind, was etwas zu früh kommt. Also ich sage mal, ein Kind, was jetzt vier Wochen zu früh kommt, wandert meistens so durch. Die werden geboren, werden noch ein bisschen betreut, weil die noch so die einen oder anderen haben vielleicht mal ein Blutzuckerproblem oder tun sich noch ein bisschen schwer mit der Nahrungsaufnahme, sodass die noch ein bisschen betreut werden. Es kann mal sein, dass sie mal einen Atemaussetzer haben. Deswegen werden solche Kinder noch ein Weilchen in der Klinik beobachtet und betreut und gehen dann aber auch relativ zügig nach Hause. Es kann auch mal einfach nur eine Woche sein oder sowas. Kinder, die dann unterhalb der 32. Schwangerschaftswoche sozusagen geboren werden, und das sind dann schon extremere Frühgeborene, die auch noch einige Probleme mit sich bringen können. Und da gibt es verschiedene Organsysteme, weil diese Kinder sind einfach noch nicht ganz so vorbereitet für das Leben sozusagen außerhalb des Mutterleibs. Und da kann es Probleme am Gehirn geben. Also es kann mal zu Hirnblutungen kommen. Es kann sein, dass die Lunge, die eben ja auch noch nicht darauf vorbereitet ist, jetzt schon Luft zu atmen, die ja eigentlich noch eine ganze Weile noch in dem Fruchtwasser gelegen hätte, also die bringen manchmal Probleme, die Augen können mal ein Problem darstellen. Und der Magen-Darm-Trakt ist im Prinzip auch noch nicht auf die Nahrung, die dann später die Kinder bekommen, vorbereitet, sodass da so ein paar Sachen auf sie zukommen, die wir dann in der Zeit, in der sie dann in der Klinik liegen, dann halt begleiten müssen. Begleiten heißt begleiten heilen? Also ist es eine Fantasie, dass man nach der Geburt alles noch so gerade rücken kann, als wäre das Kind nicht ein Frühchen gewesen? Also wir heilen, ist vielleicht nicht der hundertprozentig richtige Begriff, aber wir haben in der Zwischenzeit viele Dinge in der Medizin entwickelt, die die Kinder so begleiten können, dass sie einen guten Weg gehen können. Also dass sozusagen die Kinder dann doch häufig auch gesund aus so einer frühgeburtlichen Situation herauskommen. Ja. Woran merkt man denn unter Umständen auch in späteren Jahren, dass das Kind vielleicht zu früh auf die Welt gekommen ist? Also deutlich zu früh? Ja. Also voraussagen kann man das nicht. Also es hat nichts mit der Woche zu tun, dass man sagt, okay, ein Kind, was in der 26. Schwangerschaftswoche geboren ist, ist auf jeden Fall irgendwie beeinträchtigt im späteren Leben. Das kann man so nicht sagen. Und es kann genauso gut sein, ein Kind, was nur zwei Wochen zu früh gekommen ist oder sowas, hat niemals Probleme. Also da haben wir keine Möglichkeiten, das so vorauszusagen. Aber wenn es Probleme gibt, dann kann das mal kognitiver Art sein. Es können motorische Probleme auftreten. Häufig verwächst sich das aber. Aber dafür dient eben auch dann die Nachsorge, dass man da ein bisschen einen Blick drauf hat, wenn die Kinder aus der Klinik entlassen werden, dass man da sozusagen das begleitet noch. Aha. Und dass zum Beispiel die Lungenfunktion, die dann zu früh in Gang kommen musste durch die Geburt, dass dann vielleicht später das Kind Asthma... Das kann mal sein. Das muss nicht unbedingt Asthma sein. Aber was manchmal schon tatsächlich ist, dass solche Kinder infektanfälliger so im Bereich der oberen Luftwege ist. Also dass das Kind eben häufiger mal so eine Bronchitis hat, so das kennt man ja den Begriff, oder doch auch mal eine Lungenentzündung oder etwaiges oder einfach empfänglicher für solche Infekte ist. Ist aber häufig in den ersten Jahren, die das Kind auf der Welt ist und oftmals verwechselt es sich auch so ein bisschen. Ja, ich glaube, Babys können da deutlich mehr als Erwachsene. Ja, also die haben viel mehr Systeme, um Sachen auszugleichen. Also wenn wir in so einer Situation so extrem krank wären, hätten wir mehr Schwierigkeiten, das noch auszugleichen. Und man wundert sich, was da für Möglichkeiten die Kinder haben. Ja, dann noch eins interessiert mich noch beim Frühchen, wenn Sie sagen, kognitive Defizite oder kognitive Nachteile. Woran würde ich das merken später beim Kind? Also so kognitive Fähigkeiten sind ja im weitesten Sinn, man könnte auch sagen, so den Intelligenzquotient. Also was können Kinder leisten in verschiedenen Bereichen so merken, naja, also wenn sich ein Kind nicht so entwickelt, wie man das bei einem Gleichaltrigen dann erwarten würde. Und dafür dienen dann ja eben auch Möglichkeiten, man kann Tests machen. Es gibt spezielle Testungen im bestimmten Alter, wo man die Kinder dann mal überprüfen kann, eben in ihrem kognitiven Bereich. Da gehört auch die Sprache zum Beispiel dazu oder wie sie Anforderungen, also je nach Alter dann, wenn ich irgendeine Anforderung an das Kind stelle, ob das Kind das überhaupt versteht und ob es dann im nächsten Schritt das Ganze auch umsetzen kann. Also wenn ich irgendwie sage, zeig mir mal den blauen Würfel oder sowas, ob das Kind überhaupt meine Frage verstanden hat und ob es dann dorthin greifen kann und mir den blauen Würfel zeigen kann. Also das wäre jetzt mal so ein Beispiel, hängt aber eben sehr, sehr vom Alter ab, weil die Kinder ja in sehr unterschiedlichen Alterskategorien dann überprüft werden und viel Entwicklung machen. Ja genau, jetzt sind wir ja schon in der frühgeborenen Nachsorge, denn da werden ja glaube ich genau diese Tests gemacht, von denen Sie gerade gesprochen haben. Also nochmal, also was genau, wenn jemand zu Ihnen kommt, zur frühgeborenen Nachsorge, was testen Sie am Kind? Ja, also vielleicht muss ich mal einmal ganz kurz ausholen, wenn jemand zur Nachsorge kommt, dann sind das Kinder, die eben unter einer bestimmten Grenze unter der 32. Schwangerschaftswoche geboren sind und dann nach Hause gehen und nachdem sie zu Hause sind, kommen sie so etwa drei bis vier Monate danach, also zu dem Zeitpunkt, wo sie eigentlich geboren werden, drei Monate später kommen sie dann das erste Mal in die Nachsorge. Da sehen wir die Kinder dann, das dient im Grunde genommen über zwei Jahre lang dann einer auch für uns qualitativen Überprüfung unserer Arbeit, die wir da in der Klinik geleistet haben, das hat man ja vor einigen Jahren eingerichtet und der Möglichkeit der Eltern ein bisschen eine ausführliche Möglichkeit zu haben, nochmal über diese Frühgeburtlichkeit zu sprechen und über die Entwicklung der Kinder. Wenn die dann kommen, dann führen wir eigentlich erstmal ein längeres Gespräch, indem ich, wenn die das erste Mal kommen, erstmal frage, wie sie überhaupt zu Hause angekommen sind, wie sich sozusagen die Eingewöhnung der Familie und im Besonderen des Kindes auch dargestellt hat und ob das Kind in dem gleichen Rhythmus zum Beispiel geblieben ist, wie es in der Klinik war, also dass es so alle drei bis vier Stunden Nahrung aufnimmt und sich dazu meldet oder ob es jetzt viel unruhiger ist und häufig schreit und wie die Nächte sind und wie die Gewichtszunahme ist und dann versuche ich auch in dem Zuge auch die Eltern einfach, wenn sie beide da sind, zu fragen, wie es ihnen jetzt so damit geht, weil die auch häufig mit vielen Ängsten nach Hause gehen. In der Klinik sind die Kinder ja mit Monitoring überwacht, die haben dann, da wird die Herzfrequenz gemessen, da wird die Atmung gemessen, da ist die Sättigung dran, die haben eigentlich immer eine Schwester um sich herum, also eine Pflegekraft, die irgendwie unterstützt, dann ist ein Arzt in der Nähe, also sie haben immer Unterstützung, 24 Stunden am Tag und dann kommt plötzlich dieser Cut und dann sind sie zu Hause und da gibt es auch noch Betreuung, also die, die von den Pflegekräften manchmal eben nach Hause gehen, aber es ist eben überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was sie dann eben in der Klinik haben und dann da verfürchten sich viele Eltern auch, so diesen Schritt dann zu gehen und nicht mehr den Monitor zu haben, wenn jetzt irgendwie plötzlich ein Alarm wäre oder sowas, wo dann einfach eine, ja es ist auch so eine lebensrettende Maßnahme ja letzten Endes dann, oder eine Absicherung ist und das, ja es ist eine Frage, dass die Eltern zu fragen, wie sie sich da eingewöhnt haben und wie es ihnen damit geht und dann werden die Kinder körperlich untersucht, also einmal von oben nach unten und wenn sie das erste Mal kommen, macht man eigentlich noch nicht so eine richtige Testung, weil sie dann häufig noch zu klein sind, das kann man dann so machen, wenn sie so sechs, sieben Monate alt sind und da gibt es die sogenannte Bailey-Testung, das ist eine, ja, also eine schon lang etablierte Testungsmöglichkeit für Kinder in diesem Alter, also bis zu drei Lebensjahren, bis zum dritten Lebensjahr, wo man einerseits die kognitive Leistung oder die kognitiven Möglichkeiten des Kindes, die Potenziale des Kindes überprüft, dann gibt es eben die Sprache und die Motorik, die man dann eben auch nochmal in Fein- und Grobmotorik dann aufteilt. Genau, und was leiten Sie dann aus diesen Tests ab, wenn Sie, also sicherlich werden Sie sagen, ja, das entwickelt sich gut, machen wir so weiter, was passiert, wenn Sie sagen, oh, können wir, da müssen wir mal was machen, was machen wir denn da? Ja, also in der ersten Zeit ist es meistens so, dass man fragt, ob die bei der Physiotherapie sind, fast alle Kinder, die ein bisschen klein, also wirklich Frühgeborene waren sozusagen, die unter der 32. Schwangerschaftswoche gehen, eigentlich mit der Empfehlung nach Hause auch erstmal Physiotherapie weiterzumachen. Und da würde man dann halt nachfragen, was für eine Art von Physiotherapie da läuft und die dann vielleicht empfehlen, nochmal zu intensivieren, dass man eben sagt, okay, wir machen vielleicht anstatt einer Stunde in der Woche dann zwei Stunden, die Eltern nochmal anleiten, dass sie vielleicht auch Dinge zu Hause machen und so. Und im Verlauf, wenn man eben feststellt, jetzt sind hier auch kognitive Defizite, das Kind entwickelt sich nicht ganz so, wie man sich das so wünscht, dann würde man irgendwann hingehen und sagen, hm, vielleicht mal mit dem Kinderarzt, der die übrige Betreuung übernimmt, zu fragen, ob man vielleicht Frühförderung einleiten sollte. Und das ist was? Frühförderung ist eine Möglichkeit, die Kinder sozusagen noch etwas grobgefrecherter zu begleiten. Also da gehören auch Physiotherapie dazu, da gehört zum Beispiel Ergotherapie dazu oder Logopädie, aber eben auch Heilpädagogik, sodass diese Familien dann entsprechend ein- bis dreimal in der Woche begleitet werden. Da geht zum Beispiel auch so eine Heilpädagogin dann nach Hause und macht spielerische Förderung für die Kinder, damit sie in ihrem Bereich, wo sie gerade sind, abgeholt werden. Also da gibt es dann ganz viele Möglichkeiten, da müssen sie dann zu einer Stelle, wo eben auch ein Arzt sitzt, der quasi das einmal einschätzt, wo die Kinder sich jetzt befinden in ihrer Entwicklung. Und dann wird mit den Heilpädagogen, beziehungsweise mit dieser Stelle, mit dieser Frühförderstelle entschieden, was für Fördermöglichkeiten bestehen. Das ist eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, die wir in Deutschland haben, Kinder in ihrer Entwicklung zu unterstützen und häufig eben auch die Familien mit einzubinden, weil das dann eben nicht nur das Kind ist, sondern die betrachten das dann ja mal ganz zeitlich. Da wird dann geguckt, wie sind die Geschwister im Umgang mit diesem betroffenen Kind oder wie geht es den Eltern damit und da kann man sehr, sehr gut helfen. Ja, es gibt ja also dann ja insgesamt doch ein starkes Netz, um Eltern und auch vor allem den Frühgeborenen selber zu helfen. Ist es denn so, dass die Zahl oder die Häufigkeit der Frühgeburten in Deutschland zunimmt oder ist die konstant? Also jetzt in Corona-Zeiten tatsächlich ist es ein bisschen zurückgegangen sogar. Die Eltern tatsächlich, die Mütter vielleicht initial sogar ein bisschen weniger Stress hatten. Also wissen tue ich das jetzt nicht. Es gibt noch keine Studien, die jetzt beweisen, dass das die Gründe dafür sind. Aber es ist so eine konstante Rate von etwa 8 Prozent, die man sagt, der Neugeborenen, die als Frühchen zur Welt kommen. Im Moment war es ein bisschen weniger, aber man versucht natürlich immer herauszufinden, was sind Gründe für eine Frühgeburt und da dann auch zu gucken, was kann man verändern, was kann man für die Mütter besser machen, damit eben weniger Frühgeburten entstehen. Und die üblichen Gründe, welches sind die? Also Stress? Stress ist sicherlich ein wesentlicher Faktor. Alter der Mutter vielleicht? Alter der Mutter, also zu jung, zu alt sozusagen. Infektionen sind ein ganz großer Faktor. Also wenn irgendwelche Infektionen bei der Mutter bestehen, ja, also da gibt es noch ganz viele andere Dinge, aber das sind so die wichtigsten im Prinzip. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Bleiben Sie gesund. Und wir sehen uns wieder auf Facebook.